In einer langjährigen Liebe erlebt man allerhand Phasen. Eine davon kommt bestimmt, lässt sich nicht planen, ist naturgegeben und für alle Beteiligten mit Fragen, Unsicherheiten, ja vielleicht sogar mit Ängsten verbunden. Selbst dann, wenn man nicht direkt davon betroffen ist, spielt sie auch für Männer eine wichtige Rolle, die Phase der Wechseljahre. Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja genau, mein Leben als Paar. Und natürlich auch mein Leben als Paar. Weil wir sind ja ein Paar. Wir sind ein richtiges Paar. Du bist Zibil. Und du bist der Stil, bekannt als Schreiber versus Schneider. Aber heute nicht versus, sondern miteinander zu einem Thema. Wechseljahr. Das kommt von dir, das Thema. Genau. Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht weiss, wie du meine Wechseljahre erlebt hast. Oder wie du mich wahrgenommen hast in meinen Wechseljahren. Ja, du hast, ja. Erinnerst du dich noch? Nein, eben nicht. Ah. Nicht gross. Ich habe mir jetzt das überlegt. Es gibt immer Veränderungen, dauernd Veränderungen in der Familie. Und die Kinder werden grösser und so weiter. Und ich könnte jetzt das nicht ganz klar festmachen an etwas. Aber du hast doch mitgekriegt zum Beispiel, dass ich plötzlich so heiss hatte. Oder sich irgendwie im Bett die Decke plötzlich weg und Fenster auf. Ja. Das weisst du schon noch, oder? Das weiss ich. Ja, ja. Plötzlich hast du gesagt, ui, jetzt habe ich eine Wallung. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt hast du eine Wallung. Und ich kann mir nichts darunter vorstellen. Das ist ja das Verrückte. Das ist das Verrückte. Also, mir ist in den Sinn gekommen, ein Kollege von mir, der auch zwei Töchter hat, der hat, wo die Töchter noch klein waren und unsere Töchter, nein, bei so einem gleichen Alter, hat er immer gesagt, du, weisst du, da kommt die Zeit, wo meine Frau in die Wechseljahre kommt und Töchter in die Pubertät. Dann hast du drei Frauen zu Hause, die komplett durchdrüllen. Und er hat das immer wieder so erzählt, als Witz natürlich. Als Gag, oder? Und ich habe dann auch gelacht und so. Aber als es dann so weit war, habe ich das gar nicht so, weisst du, als Ereignis empfunden. Als hormonelles Ballungsgebiet. Nein, man wächst hinein und es ist halt einfach auch wieder eine Veränderung, die sich ergibt. Ja, okay. Also gut. Ich hatte ja auch nicht jetzt so extreme Zeichen dieser Veränderung. Das stimmt. Aber trotzdem ist da was im Sinn von, in mir drin verändert sich was und der andere, also du kriegst das gar nicht mit. Und das ist ganz speziell, auch für mich auf eine Art. Also ich muss das wie mit mir alleine machen und trotzdem betrifft es dich ja auch. Und da ist im Körper einiges los. Und bei mir war wirklich dann auch so die Zeit von, ich brauche Ruhe für mich und ich vertrage dich gar nicht so. Ich will gar nicht so viel Nähe mit dir körperlich zum Beispiel. Das habe ich stark gespürt und das hast du ja auch mitgekürt. Das habe ich schon auch gespürt. Genau, genau. Und wir haben eine Kolumne mitgebracht, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig nur mit diesen Wechseljahren zu tun hat, aber die so ein bisschen das Spannungsfeld beschreibt. Beim Kochen reicht mir Schneider die Salatschüssel. Ich nehme sie entgegen. Unsere Augen treffen sich ein Sekündchen. Es funkt. Ich verstaue den Staubsauger im Schrank. Schneider hilft mir dabei. Seine Schulter berührt meinen Arm. Es knistert. Wir legen Bettwäsche zusammen. Beim Falten kommen wir uns immer näher. Ich muss lachen, denn er zupft am Tuch, als hätte er einen Fisch an der Angel. Spontan drehe ich eine Pirouette, verheddere mich im Laken und falle in Schneiders Arme. Wir kichern wie die Teenager. Er gibt mir einen Kuss aufs Ohr, ich lache noch schriller. Ach, es tut so gut. Unsere ungeplante Turtelei in den letzten Tagen macht mich ganz beschwipst. Wir benehmen uns, als wäre unsere Liebe taufrisch und seltsam. Sie fühlt sich tatsächlich so an. Jede zufällige Berührung ist aufregend, weil sie eben zufällig ist, ohne Erwartung. Erwartung. Ein sachter Flügelschlag der Sehnsucht, denke ich, und das nach so vielen gemeinsamen Jahren Vertrautheit und Alltag. Ein Geschenk des Frühlings. Ich schreibe diesen Gedanken in mein Tagebuch, als Schneider an meinen Schreibtisch kommt, mir den Nacken streichelt und sagt, du, es ist wieder Romolnoche. Wie wäre es mit einer Spur Romantik, fragt mich Schreiber, nachdem ich pfeilgerade in Worte gefasst habe, was sich so deutlich angebahnt hat. Falls du mich verführen willst, dann bitte mit mir Gefühl, sagt sie streng. Ich seufze. Ich habe sie doch schon längst verführt, voller Gefühl, seit Tagen. Die Liebe liegt in der Luft, jetzt geht es nur noch um den perfekten Zeitpunkt, sodass keine Nachbarin an der Tür klingelt oder gerade eine Tochter aus der Schule kommt. Ein wenig Planung ist wichtig, damit wir ungestört das tun können, was eben Wetter Romolnochen ist. Um den Faden wieder aufzunehmen, sage ich, du, romantisch können wir nachher schon wieder sein, aber jetzt hätte ich gern gewusst, wie deine Zeitplanung heute ausschaut. Zeitplan? Du meinst, ob ich zwischen Kochen, Waschen, Putzen und Aufräumen Kapazitäten für dich habe, ist es das? Mann, jetzt wird es kompliziert und nur, weil ich klar und direkt war. Schreiber bockt weiter. Also heute habe ich nichts mehr frei, vielleicht kann ich morgen ein Zeitfenster für dich öffnen. Morgen? Ein Rückschlag. Sofort wäre mir viel lieber gewesen, aber ich verzage nicht, es bleibt ja weiterhin frühlingshaft. Ja, das war so dein Bedürfnis nach viel mehr Lust und ich hatte halt wirklich weniger Lust. Ich habe schon das Bedürfnis nach Zärtlichkeit gehabt, aber nicht nach Lust im Bett und so. Und ich glaube, das ist schon auch schwierig gewesen. Also wie soll ich das dann direkt sagen und weise dich praktisch ab? Oder hast du das als Abweisung empfunden? Oder für mich war es klar, das sind meine Wechseljahre. Ich bin jetzt mit mir beschäftigt. Ja, ja, für dich war das klar. Für mich war das abstrakt. Ich bin jetzt in meinen Wechseljahren, lass mich in Ruhe. Ich will hier raus. Das ist, ich kann aber sagen, dass ich damals das nicht einfach so klar in diesen Kategorien gesehen habe. Es ist, es gibt halt einfach die Phase. Ich meine, es gab auch andere Phasen, wo es nicht so nah gewesen ist oder die Kindheit gewesen sind oder was auch immer. Also es ist ja nicht zu viel zuordnen. Du konntest es mir zuordnen, oder? Ja, nicht zuordnen. Ich denke, ich habe es mir so angeschaut. Ja, jetzt ist es halt wieder ein bisschen, hä? Dabei macht das so viel Spass, aber sie will keinen Spass. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, man sucht für sich dann irgendwelche Argumente. Was ich so gemerkt habe, also über die Wechseljahre mit meinen Freunden, wir haben ganz viel darüber geredet. Wir sind ja auch alle zur ähnlichen Zeit da reingekommen. Aber mit dir, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal so richtig angesprochen habe. Du übrigens, ich glaube, jetzt geht es los. Also ein Punkt ist ja, irgendwann hört das mit der Periode auf, oder? Und ich weiss gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nein, natürlich habe ich das nicht mitgekriegt. Also du sagst, du hast das gar nicht angesprochen und ich muss gestehen. Ich habe mich ja auch nie informiert. Ich habe nicht gefragt. Ich habe nicht gesagt, Sibylle, was sind die Wechseljahre? Ich habe so wahrscheinlich, mein ganzes Wissen über Wechseljahre hat auf dem beruht, was mein Kollege gesagt hat. Die kommen dann in die Wechseljahre, unsere Frauen. Und was ist damit verbunden, so gedanklich? Die Vorurteile, also die Phrasen, ja, dann haben sie heiss und es kommt das sogenannte Blüsli-Alter. Ach, Blüsli-Alter. Blüsli-Alter. Also sie sind heiss und sie sind dann ein bisschen komisch. Ja, es ist verrückt und es ist im Grunde genommen auch, wie soll ich sagen, erschreckend, wie wenig als Mann man sich darüber Gedanken macht. Ja, es ist durch das, dass wir das nicht haben oder nicht in dem klaren Mass haben oder nicht das so wahrnehmen bei uns selber, aber lassen wir das einfach ein bisschen auf der Seite. Überlasst es eigentlich wirklich den Frauen, gell? Absolut. Und denken, das geht ja vorüber. Ja, genau. Also, ja, aber ich möchte nochmal auf das zurückkommen, wie wenig wir Männer, oder ich, muss von mir reden, uns dessen bewusst sind, dass sie ja schon ein bisschen anders sind, was in euch passiert. Letztes Winter war ein Interview, ich schaue gerne Skirennen. Und dann habe ich ein Skirennen geschaut, wo Michaela Schifferin, die Amerikanerin, wo alles gewinnt, in einem Interview, im Interviewer sagt, ja, sie gehört nicht so zu zweig sein, nicht die beste Leistung können anberufen, weil sie ihre Tage hatte. So cool. Ja, das ist mega cool gewesen und das überlegt man nie. Aber ich überlege mir das doch gar nie. Das habe ich so cool gefunden, die hat das ohne Vorwurf, ohne nichts gesagt, aber jetzt mit dem Lächeln. Das ist so cool, dass sie es einfach reingeworfen hat. Übrigens, ich war körperlich dann nicht ganz auf der Höhe gewesen und das finde ich ganz wichtig, dass die... Aber das ist ja passiert, weil sie darüber redet, oder? Absolut. Genau, also man muss darüber reden. Und eigentlich auch in einer Beziehung darüber reden. Wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Ja, man kann auch mal fragen. Okay, genau. Und was wäre so eine Frage? Also eben, was die Wechseljahre anbelangt, zu sagen, was passiert eigentlich genau in dir? Aha. Und weisst du was, das habe ich nie gefragt, aber ich frage es jetzt. Was ist passiert? Ähm, toll, dass du mich das fragst, mal vorweg, genau. Also das fängt ja so sachte an. Man weiss, jetzt kommt es dann irgendwann. Und für mich war es sehr spannend, weil ich gemerkt habe, jetzt macht mein Körper was ohne mein Zutun. Und zum Beispiel gerade das mit der Periode. Periode ist was Wunderbares, aber auch ein Stress. Ja, Stress darf ich da gestern. Eben, du sagst, das ist ein Stress. Und ich verstehe, ich ziehe nur die Buchstaben vor mir. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Also schmerzhaft, Bauchweh, Rückenweh, müde, sensibel, kommt alles in diese Periode rein, oder? Und das haben die Frauen regelmässig, und das kriegt ihr gar nicht mit so richtig, oder? Doch, das habe ich ja schon mitbekommen. Aber ich möchte damit sagen, ich weiss auch, dass ihr das einmal im Monat habt. Super. Also, stellen mich nicht so an. Entschuldigung, das habe ich auch nicht so gemeint. Aber wir haben, oder ich habe die Schmerzen nicht. Ich kenne das nicht. Und das, meine ich, ist ein grosses Problem dann in dieser ganzen Diskussion. Oder man vergisst es einfach. Es ist wie, ich vergesse, dass ich keine Zahnweh habe. Wenn ich keine Zahnweh habe, dann gibt es das einfach nicht. Und jemand anderes, der Zahnweh hat, pfff. Ja. Und das ist natürlich für mich als Frau eigentlich omnipräsent. Also das ist dieser Zyklus, den spürst du, den kriegst du mit. Und du kriegst dann ja auch mit, wie das dann weniger wird. Und jetzt gerade so zu den Sachen Periode, das ist echt was, wo ich dann auch erleichtert war. Irgendwann war die weg. Dann kommt die nur noch alle drei Monate, alle sechs Monate. Ist auch schwierig. Ja, kommt sie, kommt sie nicht. Müssen wir jetzt noch verhüten, müssen wir nicht verhüten. Das war dann auch ein Stress. Da haben wir auch damals noch drüber geredet. Und ich weiß noch gut, ich hatte sie dann lange nicht. Und auf einer Wanderung kommt aus heiterem Himmel diese Menstruation angedackelt. Ich war völlig platt. Und dann habe ich wirklich zum Glück zwei junge Frauen getroffen, die noch einen Tampon hatten. Ich war komplett überrascht, oder? Und da habe ich schon gemerkt, jetzt bin ich wahrscheinlich am Ende von dieser Phase. Aber man muss immer einen Tampon dabei haben. Und auch für die anderen Frauen, die ihm entgegenkommen. Und was die Schiffrin gesagt hat, finde ich genial. Finde ich so cool. Und ich glaube, das ist wirklich ein Mittel, um auch mit Wechseljahren umzugehen, drüber sprechen. Und zwar mit allen positiven Seiten und negativen. Das hat nämlich auch Positive. Und für mich war das so wie, man ist in einem Fluss im Leben und dann kommen Stromschnellen. Und die Wechseljahre sind meine Stromschnellen. Und ich kann entweder als Brett in diese Stromschnelle fahren und dann zerbricht es mich vielleicht. Oder versuchen, wie so ein Weidezweig so ein bisschen beweglich zu bleiben. Und dann schnallt es mich vielleicht mal aus dem Wasser raus. Aber ich komme durch diese Stromschnellen durch. Also ich habe es ein bisschen eigentlich wie ein Abenteuer gefunden. Für mich war es etwas Aufregendes. Ich hatte auch nicht so krass schlimme Symptome. Also es war jetzt, ich habe nicht physisch brutal gelitten oder so. Da gibt es Frauen, die wirklich echt was durchmachen. Ja, dann würde ich mich vielleicht mehr erinnern oder diese Zeit anders abgespeichert habe, als ich sie habe. Ich habe diese Zeit effektiv als schon eine andere, mit einem anderen Grundtonus empfunden. Aber jetzt eben nicht, dass du irgendwie ein komplett anderer Mensch gewesen wärst oder so etwas. Vielleicht hast du mich auch geschont. Oh, ja, wer weiss. Das ist ja so ein bisschen mein Charakterzug, gell? Dass ich dich schone. Dass ich dich nicht zu sehr konfrontieren will. Ja, das ist schon ein bisschen ein Charakterzug von dir. Es ist natürlich, jetzt, als unsere Töchter erwachsen sind, kommt ja noch zusätzliche Perspektiven dazu. Dass ich natürlich finde, dass man das akzeptieren und respektieren muss, dass meine Töchter vielleicht zwischendurch auch mal nicht die ganze Leistungsfähigkeit abrufen können. Aber ich denke schon, dass das möglicherweise ein Manko ist für, also wie wir Männer. Ich sage immer, wir Männer, das darf ich nicht sagen, wie ich, durchs Leben gehen. Vielleicht noch schnell hineingrätschen. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen, mit einem Vater. Und die Mutter war die einzige in der Familie. Ich weiss nicht, wer es... Als Frau, die einzige Frau. Ja, eine einzige Frau, nicht die einzige in der Familie. Vielleicht hätte ich dann etwas mehr mitbekommen. Wobei, das ist jetzt also leihenhaft psychologisiert eventuell. Aber ich glaube auch, dass du dir bewusst bist, was unsere Töchter durchmachen und was ich durchgemacht habe und diesen Wandel. Und dass man das nicht, dass du als Partner das nicht als was gegen dich siehst, um jetzt wieder auf die Wechseljahre zu kommen. Sondern wie auch, man sagt auch bei der Pubertät, die sind jetzt als Baustelle wegen Umbau geschlossen. Gilt auch für die Wechseljahre. Wegen Umbau geschlossen. Und dann sagen, okay, sie hat jetzt nicht so viel Lust, aber sie liebt mich trotzdem. Und sie ist manchmal vielleicht sehr müde und legt sich nachmittags hin. Das ist nicht schlimm. Machen. Also da das Verständnis haben. Und ich habe jetzt da nicht das Gefühl gehabt, dass ich dir gegenüber etwas vorspielen muss oder so. Also überhaupt nicht. Ich musste mich jetzt nicht groß verstellen. Ich habe mich dann auch eben... Meine Mittagssiesta, die hat eigentlich in den Wechseljahren angefangen. Nach dem Mittagessen eine Viertelstunde hinlegen. Habe ich ja früher nie gemacht. Und auf einmal spürst du, das tut mir gut. Und danach habe ich wieder mehr Energie. Und das ist ja auch spannend. Und eben für mich ist es auch so eine Verbundenheit mit mir selber gewesen, mit meinem Körper, die ich richtig toll fand. Also ich finde, es würde auch dir gut tun, so ein bisschen Wechseljahregefühle zu haben. Ich möchte jetzt aber gleich nochmal zurückkommen. Also die Verbundenheit mit dem Körper. Verzähl mir noch mehr. Die Verbundenheit mit meinem Körper. Eben diese Müdigkeit, oder? Die machst du mir ja manchmal ein bisschen zum Vorwurf. Du findest ja, ich schlafe zu viel. Oder ich schlafe ja so wahnsinnig gerne. Du schläfst viel. Und sehr gerne. Und Gott sei Dank ja auch gut. Und die, das ist für mich immer so, wie mein Körper nimmt mich in den Arm und sagt, rufe dich aus. Alles ist gut. Und das ist sehr, sehr schön. Und diesem Gefühl gebe ich einfach nach. Und das habe ich gelernt in dieser Zeit, muss ich sagen. Die Müdigkeit war auch stark, als ich schwanger war. Extrem stark. Und da war sie wie beunruhigend. Also das war so, das war anstrengend. Das war, hat mir kein gutes Gefühl gemacht. Die jetzt, finde ich, ist so eine wohlige, eine wohlige Müdigkeit. Dann kommt dazu, dass alles irgendwie weicher wird. Und das Gewebe lässt nach und so weiter. Das ist schwierig. Damit umzugehen ist für mich nicht einfach. Aber das kennst du ja wahrscheinlich bei dir auch. Das ist ja bei dir nicht viel anders. Aber da machen wir was anderes noch drüber dann, genau. Und rückblickend muss ich sagen, ich finde es toll, dass der Körper mir so eine Phase zugemutet hat. Und Männer haben ja auch Wechseljahre. Da wird ja auch immer wieder drüber gesprochen. Also hormonell verändert sich bei euch ja auch was. Und das spüre ich eben schon. Ich finde, du bist, du entwickelst dich zu deinem Vorteil. Du wirst gefühlvoller. Das ist ja, weil irgendwie das Testosteron, glaube ich, weniger wird, oder? Und jetzt kommt eigentlich ein bisschen eine weiblichere Seite bei dir durch. Das finde ich total schön. Also lass die zu. Ja, ja, das hast du schon mehrfach angesprochen. Und ich stelle das ja auch eine Art fest. Ich sage jetzt nicht, ich bin in den Wechseljahren, weil das irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht so populär. Das würde auch nicht passen. Es wird nicht darüber geredet. Aber ich merke, wenn ich Filme schaue, ich bin so wahnsinnig schnell gerührt. Schneller als früher? Ja, viel schneller. Wobei, ich bin ja früher gerührt gewesen. Also, allzu romantische Filme oder Filme, die so ein Drama in sich haben, das mir direkt ins Herz ist. Da habe ich mich dann auch manchmal geschämt, dass ich nasse Augen hatte. Und dann bin ich im Kino zum Beispiel einfach länger gehockt. Oder im Sofa bei uns. Da habe ich halt irgendwie versucht, das zu verstecken. Und das passiert jetzt noch viel schneller. Das ist schon so. Das ist das Schönsteam. Das ist echt schön. Und das merke ich auch, dass ich gelassener und weniger streng bin. Zum Beispiel jetzt auch mit der Mädchen. Aber, ob das jetzt eine hormonelle Veränderung ist, oder ob das mit dem Alter zu tun hat, wo man eben auch allgemeiner weniger verbissen oder verkrampft hat. Man hat weniger das Gefühl, weil ich weiss, weil ich weiss, was richtig ist. Eben, vielleicht hat es mit dem zu tun, vielleicht hat es hormonell zu tun. Was ich aber schon gemerkt habe, Sibylle, dass du im Auto viel aggressiver geworden bist. Und was hat das mit dem Wechseljahr zu tun? Nein, das hat mit dem zu tun, was du gesagt hast, was ja wirklich eine Tatsache ist, dass sich die Hormonverteilung ändert. Oder dass Frauen nach dem Wechseljahr auch mehr Testosteron bekommen. Und das habe ich wirklich gemerkt. Also früher hast du mich immer zurechtgewiesen im Auto. Ich soll nicht aggressiv sein und so. Und das ist ja bekannt im Auto. Es sind viele aggressiv. Aber ich bin jetzt viel nachsichtiger mit meinem Mitautofahrer als du. Haube mal, Haube dem. Mach eine Lichthaube. Mach das. Weil der sich vorn dran nicht so verhalte. Ich habe dann auch Lust zu fluchen. Ja, das stimmt. Das meinst du, ist vielleicht auch so ein Nachwehe der Wechseljahre. Also das ist ein Wechsel. Auf jeden Fall. Das ist ein Wechsel. Früher warst du immer sehr verständnisvoll im Auto, selber am Steuer. Eben, du bist noch viel schlimmer, wenn du neben mir sitzt. Das ist unglaublich. Ich würde ja eigentlich nur hupen und durch die Schweiz fahren. Ja, ich hupe schon sehr gerne. Das stimmt. Aber das stimmt vielleicht schon. Ich bin so ein bisschen zackiger. Ja, schwierig zu sagen. Oder lauter. Vielleicht bin ich ein bisschen lauter. So. Lauter im Sinn von männlich laut, so mal auf den Tisch hauen. Und das finde ich eigentlich auch okay. Ja, das ist okay. Also Wechseljahre sind wirklich ein Wechsel für einen selbst, für uns als Paar. Du hast auch ein bisschen was gewechselt und ich glaube, um so ein bisschen so zum Schluss zu kommen, es ist eigentlich eine tolle Chance, eine tolle Gelegenheit, miteinander darüber zu reden, zu erzählen, wie geht es mir, den anderen eben teilhaben zu lassen dran und dann zu sagen, nachher sind wir anders, aber vielleicht ein bisschen sogar besser. Also. Also ich bin vielleicht ein bisschen besser. Also in welchem Sinn besser? Ja, ein bisschen so tougher. Also, boah. Aha. Also, eines kann man schon, oder das kann ich mit sehr viel Freude feststellen, dass das mit dem Sisch-Nachen sich eigentlich verändert hat. Stimmt. Das ist viel sinnlicher und lustvoller. Das wäre mal ein Thema vielleicht noch für sich, absolut. Also wenn man dann durch diese Wechseljahre durch ist, passiert es körperlich. Es gibt Belohnung. Ja. Ihr könnt euch freuen, liebe Frauen. Genau. Prima. Die Wechseljahre. Ja, ich glaube, das… Wechseln wir zum Schluss? Ja. Oder kommt noch etwas, was du jetzt sagst, muss noch gesagt werden? Ja, vielleicht… Das nimmt mich schon gleich Wunder, weil wir es angesprochen haben, wenn du jetzt diesen Mannen ein Rat kannst geben, der sich in einer Beziehung befindet, wo die Wechseljahre noch kommen, was wäre das für ein Rat? Genau das, was du vorher gemacht hast. Fragen, wie fühlst du dich eigentlich? Was erlebst du da? Wie sind die Wechseljahre für dich? Das finde ich so eine tolle Frage. Und du hast mich wirklich vorher überrascht mit dieser Frage. Die hast du mir ja nie gestellt. In dieser Zeit. Ich stehe sie jetzt hinterher, wo sie zu spät ist. Und das finde ich eine Hammerfrage. Also da… Dazu würde ich sie ermutigen. Fragt eure Frauen, wie fühlst du dich in deinen Wechseljahren? Und was kann ich für dich tun? Gut. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine Episode aus meinem Leben als Paar. Und aus der SS schon unser Leben als Paar. Genau. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr könnt ihn abonnieren, ihr könnt ihn teilen, ihr könnt ihn liken. Würde uns freuen. Absolut. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken und etwas dazu sagen. Wir freuen uns immer, wenn wir Posten bekommen. Und wenn ihr uns live sehen wollt, wir sind zurzeit wieder in der Schweiz ziemlich unterwegs. Und alle Infos auf unserer Homepage. Und lesen könnt ihr uns natürlich jede Woche. Wieder kurz. Sieg dich. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.